Hallo liebe Leute, ihr kennt das ja auch, wenn man mal einen schlechten Tag hat, sei es wegen Schule, Beruf, Verstopfung oder man ist einfach nicht zum Schluss gekommen. Und dann kommt so ein schlauer Typ und sagt, lach doch mal. Scheiße, ich hab ne Fünf in Mathe. Lach doch mal. Ha, ich bin Bitong, ich hab zu wenig Abonnenten. Hallo. Ihr habt gesehen, das Problem ist, man kann nicht einfach lachen in solchen Situationen. Ich weiß und ihr wisst auch, es ist von euren Freunden oder Mitmenschen gut gemeint, aber es hilft nicht besonders. Es hilft viel mehr, wenn ihr sagt, ich bin für dich da, wenn du reden willst, kannst du mit mir reden. Wenn ihr so schlechte Momente habt, denkt einfach an die positiven Momente, holt daraus Kraft und schaut weiter nach vorne. Ich weiß schon, dass es leider immer wieder diesen Idioten gibt, die dann sagen werden, lach doch mal. Und am liebsten würdet ihr dann sagen, Hans-Molo-Opfer. Aber da wir ja alle nett bleiben wollen, könnt ihr folgendes sagen. Hans-Molo-Opfer. Nein, war nur Spaß. Sagt lieber was anderes. Und zwar das hier. Äh, nein. Also liebe Leute, vergesst nicht, jeder kann mal gute Zeiten haben oder schlechte Zeiten. Wichtig ist nur, dass ihr nach vorne schaut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich Daumen hoch geben, ihr könnt mich abonnieren und ihr könnt natürlich auch wie immer meine Facebook-Page liken. Hans-Molo-Opfer. Digga, hab ich verletzt? Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Euer Bietong. Tschüss. Ich weiß schon, es wird immer wieder diese Idioten geben.